Hallo Christi und herzlich willkommen zurück. In diesem Video habe ich mich an etwas Spezielles herangewagt im Thema Fleischverarbeitung und Wursten, nämlich Salami Herstellung. Salami ist ja eine Rohwurst, das heißt sie wird weder gekocht noch sonst irgendetwas. Sie wird nur Luft getrocknet oder geräuchert. Kann man später auch machen, ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe sie nur Luft trocknen lassen. Das große Problem bei der Salami ist, dass sie braucht bei der Reifung eine sehr genaue Temperaturführung und Luftfeuchtigkeit. Das heißt fürs Umröten braucht man eine andere Temperatur wie für die spätere Reifung. Die Salami darf nicht zu schnell trocknen. Ja, es gibt sehr viele Sachen auf die man aufpassen muss und ich zeig dir jetzt wie ich sie gemacht habe. Zuerst muss natürlich das ganze Fleisch geschnitten werden. Das ist Fleisch vom Duroc Schwein, von unserem Duroc. Das letzte, das wir geschlachtet haben. Ich habe die Schulter und einige Abschnitte vom Bauch dazu verwendet, Salami draus zu machen. Das Fleisch war vorher eingefroren, das habe ich dann aufgetaut. Es geht darum, dass das Fleisch bei der Verarbeitung nicht zu warm sein darf. Bis maximal plus zwölf Grad kann man es verarbeiten, dann bekommt es eine vernünftige Bindung. So, jetzt geht es ans magere Fleisch. Das ist die Schweineschulter. Die Schulter nimmt man normalerweise dazu, um Schinken zu machen, Wurst zu machen. Man kann notfalls aber auch Schnitzel z.B. daraus schneiden. Das Problem ist nur, die Schulter hat eine Sehne durch. Die habe ich rausgeschnitten. Und man sieht hier die Marmorierung der Schulter. Das ist eine Eigenheit vom Duroc-Schwein, das ab ungefähr 150 Kilo Lebendgewicht. Die Durocs sehr viel Fett in die Muskel einlagern. Und natürlich bleibt dann dieses Fleisch extrem saftig und zart. Ja, das ist Top-Qualität. Jetzt muss dann noch die Sehne raus. Aber das sind... Ja, man könnte es wahrscheinlich sogar drin lassen beim Wursten. Aber ich wollte es raus haben. Ich wollte gute Qualität produzieren. Nicht nur für uns, sondern ich werde wahrscheinlich auch ein paar Würste verkaufen. Und von daher, es soll gute Qualität sein, weil das möchte ich überhaupt nicht, dass später irgendjemand auf eine etwas härtere Sehne beißt oder so etwas. Das muss gar nicht sein. Ich werde oft gefragt, warum ich diese ganzen Sachen eigentlich mache, weil ich könnte sie ja auch beim Metzger des Vertrauens so machen lassen. Aber ja, es macht einfach Spaß. Und es ist für mich ein Zeichen des Respekts dem Tier gegenüber, dass man auch alles verarbeitet. So, das ist jetzt noch das Rindfleisch. Ich habe hierfür Rinderhals verwendet, weil der eben keine Sehnen hat, so wie die Schulter zum Beispiel. Da brauche ich nichts rausschneiden. Und das Rindfleisch ist der Mageranteil in der Wurst. Weil man sagt, ja, zwei Drittel Mager, ein Drittel Fett. Und da unsere Schweine von Haus aus ziemlich fett sind, habe ich auch relativ viel Rindfleisch dazu getan. So, jetzt wird das Ganze gewolft. Ich habe natürlich wieder einmal völlig unterschätzt, was für Mengen das sind. Hier wird zuerst mal das Rindfleisch durchgewolft durch die etwas feinere Scheibe. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie so eine eigentlich für den normalen Hausgebrauch vorgesehene Maschine dann doch solche Mengen durcharbeitet. Es waren auf jeden Fall 10 Kilo, also 10 Kilo Masse. Und ja, also der Wolf hat alles problemlos geschnitten. Natürlich vorher ordentlich geschärft und geschliffen. Dann geht es natürlich noch viel leichter. Das hier sind die Gewürze und das Nitritpökelsalz. Das Rezept natürlich in der Infobox und eingeblendet bekommt ihr es natürlich auch. Und hier ist die ganze Masse. Da kommt dann die ganzen Gewürze drüber und werden einigermaßen durchmengt, so gut es halt geht. Und dann wird diese ganze Masse nochmal durch den Wolf gejagt. Und auch hier ist wieder einmal zu sehen, ich habe keine groß genügend Behälter, um die ganze Sache vernünftig zu mengen. Jetzt musste ich halt etwas vorsichtiger arbeiten. Aber es wird ja nachher nochmal alles generell durchgemengt, in einer wieder zu kleinen Schale. Aber ja, hat alles funktioniert. So und nach dem Mengen wird die ganze Sache nochmal gewolft. Hier kommt alles durch die grobe Scheibe durch. Wie gesagt, das Rindfleisch habe ich durch die feine Scheibe. Und die ganze Masse hier jetzt kommt durch die grobe Lochscheibe. Wir haben drei Scheiben. Fein, mittel und groß. Fragt mich bitte jetzt nicht nach den Durchmessern. Kann ich gerade nicht auswendig sagen. Und man sieht natürlich auch hier, die Behältnisse sind wieder mal zu klein. Aber macht nichts. Alles gut. Ganz wichtig ist, am besten den Wolf, wenn er nicht mehr gebraucht wird, sofort mit heißem Wasser auswaschen, dass einfach die ganzen Rückstände draußen sind. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann nachher den Wolf wieder verwenden will. Und dann findet man irgendwelche alten Fleischstücke drin. Das ist so richtig ekelig. Und beim Wurstmachen ist die Hygiene einfach das A und O. Und wenn man genau sieht, sieht man links den Hund liegen. Der erwartet, dass irgendwas vom Wurstbrät runterfällt. Das wird dann sofort verschlungen. Ein Hund ist einfach sehr praktisch. Wie ein Staubsaugroboter. So, jetzt geht es ans Mengen. Ich kann dir eins sagen. Wenn du das auch machst, stell dich darauf ein, das Zeug ist richtig kalt. Ich habe Minimum 10 Minuten das Zeug geknetet, damit es eine vernünftige Bindung bekommt. Ich habe gedacht, mir fallen die Hände ab. Wie gesagt, das Fleisch war vorher ziemlich lange im Gefrierschrank. Daher bekommt man da schon fast Frostbeulen an den Händen. So, jetzt kommt die lustigste Arbeit. Jetzt geht es ans Füllen der Därme. Also, mir macht das am meisten Spaß. Erst muss man die Wurstmasse möglichst fest in den Wurstfüller reinstopfen. Und am besten die ganze Luft gleich rausdrücken noch. Und dann kann man damit anfangen. Hier kommt schon mal die Masse. Und hier habe ich Hooky Därme. Das ist Kaliber 40, glaube ich. Das sind Kunstdärme. Die kann man nicht mitessen. Aber sie lassen die ganzen Flüssigkeiten und das Raucharoma durch. Und die muss man einfach aufstecken und dann schön prall und luftfrei füllen. Denn Luft in der Wurst wäre ganz, ganz schlecht, vor allem bei der Salami, weil es ja eine Rohwurst ist. Und Rohwurst sollte nicht irgendwelche Lufteinschlüsse haben. Da können sich sonst irgendwelche Bakterien drin ansammeln. Ja, aber wie man sieht, das passt ganz gut. Und ja, die Hooky Därme. Man füllt sie einfach nicht zu weit, weil man muss sie ja nachher dann noch abwenden. Füllt man sie einfach an, schön prall und bündet sie einfach hinten ab. Dann kommt der nächste. Und sehr praktisch, diese Därme haben schon eine Schlaufe, wo man sie aufhängen kann. Das war sehr, 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 sehr gut. So, jetzt geht es ans Abwenden. Natürlich, beim ersten Mal habe ich wieder mal zu viel gefüllt. Aber ja, man kann den Rest noch ausdrücken. Und dann habe ich Garn genommen. Leider kein Wurstgarn und ich habe die Kamera nicht richtig aufgestellt. Das heißt, man sieht es nicht vernünftig. Einfach einen oder am besten einen Doppelknoten machen. Und dann kann man einfach, dass die Schnur abschneiden und fertig ist. Ja, nicht ganz professionelle Kameraführung von mir. Ich weiß, ich weiß. Aber ich gelobe Besserung. Ja, wie gesagt, ich habe noch nie mit Hooky Därmen gearbeitet. Daher habe ich meine Bisschen, meine liebe Not damit. Aber es funktioniert. Und sie haben alle gut gehalten. Wie gesagt, einfach abwenden. Den Rest unten. Den tun wir weg. Den kann man nochmal verwenden. Doppelknoten. Das kommt wieder zur Masse dazu. Und ja, sieht schon sehr, sehr gut aus. Und wenn man das Endresultat dann sieht, dann ja, sieht aus wie Tag und Nacht. Gut, dann geht es weiter. Nächster Darm. Aber ich glaube nicht, dass das so interessant ist. Daher lasse ich das mal ein bisschen schneller laufen. Bei den Hooky Därmen ist ganz wichtig, man sollte sie vorher eine Stunde mindestens in Salzwasser einlegen, damit sie geschmeidiger werden. Wenn man das zu kurz macht, wie ich es bei der zweiten Charge Därmen nicht ganz richtig gemacht habe, ja, dann kann es passieren, dass sich dann die Hooky Därme lösen sich ab von der Salami. Das habe ich dann aber so gelöst, dass ich diese dann im Endeffekt die Hooky Därme runtergetan habe. Da habe ich dann eine Gewürzkruste drauf getan. Und das passt dann auch. Wie gesagt, die Reifung hat super hingehauen, überhaupt kein Problem. Und ja, aber wie gesagt, gut drauf Acht geben. Sonst wird die Trocknung nicht ganz richtig vonstatten gehen. Das wäre schade. Und man will ja diesen Fehler nicht machen, wenn man ihn gleich verhindern kann. Mein kleiner Sohnemann, der muss auch mitmachen. Der liebt es, wenn er bei solchen Sachen helfen darf. Vor allem er dürfte dann kurbeln. Da war er absolut glückselig. Und ja, unsere Kinder sind eigentlich bei allem dabei, außer beim Schlachten. Das will ich eigentlich nicht. Davor möchte ich sie noch ein paar Jahre bewahren. Irgendwann kommt dann sowieso das von selber, dass sie entweder Interesse daran haben oder sie zwangsläufig damit in Kontakt kommen. Wie gesagt, wir haben hier einen kleinen Bauernhof und es ist ja das Leben ist kein Ponyhof, wie man so schön sagt. Und es ist nicht immer nur alles schön. Daher muss man auch damit klarkommen können. Und unsere Kinder können das eigentlich relativ gut. So, das ist das Ergebnis. 25 Stangen. Um einiges mehr als ich eigentlich erwartet hatte. So, und jetzt geht's an die Reifung. Das ist der erste Tag. Hier hängen Sie bei 23 Grad und 99% Luftfeuchtigkeit, damit Sie vernünftig umröten können. Man merkt, etwas dunkler sind Sie schon geworden. Tag 2. Wir reduzieren etwas die Temperatur und fahren mit der Luftfeuchtigkeit nach unten, damit die Salami nicht von außen schon zu trocknen beginnt. So, hier ist die Temperatur wieder gleich. Die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur muss sehr, sehr langsam vonstatten gehen. So, Tag 4. Wieder etwas die Temperatur reduziert. Die restliche Reifung werde ich jetzt im Schnelldurchlauf machen. Und dazu gibt es etwas Musik. So, genug von der Musik. So, nun darf die Salami bei 17 Grad und 75% Luftfeuchtigkeit einfach etwas härter werden, trocknen. Ja, das alles muss schön langsam gehen. Sonst bekommt die Salami einen Trockenrand oder sonstiges. Das muss alles nicht sein. Aber nach ungefähr zwei Wochen sieht das Ganze dann so aus. Und, ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Sie ist noch etwas zu weich, aber das ist jetzt kein Problem. Das ändert sich von selbst. Umrötung ist sehr schön. Das heißt, sie ist sehr schön rot. Gut, die Verteilung von Fett passt perfekt. Ich bin wirklich sehr zufrieden. So, jetzt aber noch zu einer Kleinigkeit. Ich hatte ja erwähnt, dass manche von den Därmen nicht lang genug gewässert waren. Und diese Därme haben sich leider sehr unschön abgelöst. Daher mache ich aus dem jetzt eine ummantelte Salami. Das heißt, sie wird in Gelatine gewalzt. Und dann, je nachdem, was man möchte. Ich habe hier zum Beispiel Käse genommen. Das ist unser eigener Käse. Sehr, sehr lecker. Ich habe es aber auch mit Kürbiskernen ummantelt. Das passt auch extrem gut. Sieht einfach genial aus. Ist relativ leicht zu machen. Und schmeckt aber auch sehr, sehr gut. Also die, die außene Hülle passt dann perfekt zur Salami. Da kann man wirklich nicht meckern. Ich habe zwei Salami in Käse gewälzt und vier Stück in Kürbiskernen. Ich glaube, das passt ganz gut. Vielleicht werde ich noch einige mehr nehmen. Man sieht hier, das sind die in den Kürbiskernen. Sind doch nur drei, nicht vier. Aber ja, auf jeden Fall, es sind zweimal Käse, dreimal Kürbis. Hier sieht man, kurz in der Gelatine rollen. Und dann den Käse drauf oder im Käse rollen. Den Kürbiskernen geht es noch leichter. Die tut man einfach in eine Schüssel und wälzt dann die Salami drinnen. Wie gesagt, man kann dann später nochmal die Wurst mit Gelatine außen nochmal einpinseln. Oder es drin wälzen, damit die außereine Ummantelung dann auch noch glänzt. Ja, das ist eher optisch, würde ich sagen. Aber, ja, wie gesagt, das ist jetzt schon das, was wir für Weihnachten vorbereiten. Geschmacklich absolut top. Ich muss ganz ehrlich sagen, da kann keine gekaufte Salame mithalten. Es ist einfach ein einzigartiger Geschmack. Sehr, sehr lecker. Es ist eben Rohwurst und hier sieht man schön, was ich gesagt habe, zwecks dem Ablösen der Therme. Den Darm habe ich nicht lang genug gewässert gehabt. Der hat sich abgelöst. Ja, nicht gut. Aber dafür sieht das hier gut aus. Wie gesagt, ich bin schwerstens begeistert. Schmeckt lecker. Und, ja, vielleicht hat ja irgendjemand von euch jetzt auch Lust, so was nachzumachen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da, einen Like oder einen netten Kommentar. Wir würden uns echt sehr darüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Vielen Dank.